Musik Ist da noch einer? Machen wir eine Ausdauer Müssen wir jetzt auch noch drauf achten, ne? Bei so Fights Ja, Wilken Einen angenehmen Abend Lass dich nicht ärgern, ne? Und schlafspieler, Jut Hau rein Was machst du denn da? Und dann ist es dabei sein, Wilken Da ist eine Kiste, wie komme ich da hin? Endlich ein Schatz Was ist das? Du bist doch ein Arsch Das sieht man doch nicht kommen Ich dachte, das ist einfach nur eine Kiste vor ihm Wo er nicht durchkommt Mies Wollte ich da röberspringen? Oh ne Das ist auf jeden Fall eine Tür Ach, das ist die Tür, wo ich hier nicht durchgekommen bin, ne? Hier Ich glaube, ich würde jetzt so lachen, nice Ja, guck mal, Sully Glückwunsch Zu deinen Biddies Also Westbits Ähm Da Wollen wir jetzt da oben eine 2 stehen? Hatte ich einen Levelaufstieg? Hm Hatte ich nicht Hallo? Ein Leuchtfeuer wäre toll Ich will nicht die ganzen Scheiß nochmal machen, wenn ich sterben sollte Oh mein Gott Gib mir doch ein Leuchtfeuer Oh Mann Versuch's mit Kopfschüsse Was für Kopfschüsse? Stimmt doch nicht so häufig, oder? Ah, ich weiß, ich hab's wieder ausgesprochen Gejinxt Geh' doch bei mir mal rein Ob das mit jetzt ein Leuchtfeuer kommen kann Boss Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Habt ihr gehört, ne? Da oben sind Gegner Ja, sicher Und der schießt auch direkt Sind wir nur zu zweit Kommst du? Kann ich den triggern? Hallo Oh oh Nein, ich hab doch fallen Das tat aber weh Die kommen nach Scheiße Was? Shit, dir recht Kommt Kommt nicht einfach hinterher hier Auch kein Leuchtfeuer, Mann Gelobt sei die Sonne Gelobt sei die Sonne Vielleicht das Déjà-vu-Erlebnis hier Da gehen wir runter Kannst du dich runterrutschen lassen? Kommt das so ein Snack auch Boah, es passiert doch jetzt eh was Fieses, oder? Schon wieder so ein Portal Äh, fucking Boss Und der ist schnell Ich flüchte Ich kann nicht flüchten Ich will nicht sterben Er hat mich getroffen Ich muss weg Ich muss weg Der hat mich getroffen Nein, ich trinke Soll es erst rollen Unglücklich Hat er mich geschubst? Auf die Eier Einer geht noch Er trifft mich Junge, trink Trink Umsonst getrunken Nochmal trinken Und wegrollen Überhaupt nicht ein Glück Dass der schlappig gesessen hat Ach du Arsch, Mann Was hat der für eine Reichweite? Rennen Ich kann ausdauern, ja Ei, 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 ei Ich hab ihn Mann Das war aber jetzt knapp Ich hab jetzt gerade gedacht Scheiß auf das Leben Einfach durchziehen Ich überleg mir das noch Ob wir Teil 2 und 3 machen Bisschen aufreibend hier Für die Nerven Ja, aber wie wenig Kommen denn diese Leuchtfeuer? Glaubt mir Wir hätten den ganzen Weg nochmal neu machen müssen Von der Position aus Was ich jetzt noch nicht mal Sehen kann Das wäre nicht schön gewesen Du musst dir jedes Mal Auch damit rechnen Dass ein Gegner um die Ecke steht Dir einfach Eine Axt einfach In den Kopf schlägt Danke, 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 Klaude Danke, Sui Warum mach ich das eigentlich? Da ist doch eh nichts drin Achtung Vor dir Flucht Was? Boah, nee Komm Das kann mich doch nicht Schon wieder auf was Neues Einstellen hier Versuch's mit Rollen Okay Oh, oh, oh Ey, die erste Kiste Wo meine Seele drin ist Dann mach ich die doch kaputt Warte Ich hab überhaupt keine Ahnung Wo ich lang muss, ne Gelobt sei die Sonne Das hatten wir doch schon mal Das haben wir schon viermal gelesen Nice Das Gegner Sieht aus wie ein Indianer Mit so einer Feder im Kopf Ich kann auf jeden Fall Nicht anvisieren Ah, hallo Das ist ein Ritter Kestlein Ich wünsche dir eine gute Nacht Schlaf gut Danke, dass du dabei bist Und erhol dich Komm rein, Kestlein Ich hab jetzt überhaupt nicht verstanden Was der von uns wollte Ich muss nochmal durchswitchen Ich kann ihn verletzen Und krieg dafür selber Schaden Krieg ich nicht durch Das Spiel überrascht mich immer wieder Ich mach einfach mal ja Was ist das? Was ist das? Es ist extrem. Spott mein Summon-Signatur mit seiner brillanten Aura. Wenn du es missbrauchst, musst du blind sein. Was? Ein Schenkelklopfer, den er da reißt? Nice! So, aber wir dürfen jetzt bestimmt leveln. Ähm, nein. Ein Boss, der uns nicht genug Erfahrungspunkte gegeben hat. Also Seelen haben wir genug. Wo ist jetzt dieser Speckstein? Kann ich denn irgendwo einsetzen? Der lässt ein Rufsymbol? Was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich denn? Immer verschlossen, verschlossen. Was ist jetzt los? Nee, komm, nicht dein Ernst. Oh, ich bin nicht tot? Danke. Ich kann mich nicht mehr heilen, ne? Und er sieht aus, als wäre er in Kampfstellung. Ich will da nicht hin. Nee, ich spring hier runter. Ich spring hier irgendwo runter. Ich töte mich jetzt. Ist hier nicht noch eine Tür? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Jetzt geht er nicht hin, ne? Ich fange wieder von vorne an. Ich gehe zurück. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Vielen Dank.